Guten Tag, wer macht's? Also, was wir jetzt machen für den Tag? Wir... ...schauen... ...dass wir... ...eventuell... ...an den... ...kaktusverseuchten... ...gebiet... Upsala... ...was hier... ...eventuell... ...lebensimpuls... ...eventuell... 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 ...analysieren... ...ja... ...we... ...analyseieren... ...ja... ...eventuell... ...eventuell... ...nein... ...weird nur sterben, ab! Wahrscheinlich nicht gross! Schauen wir mal! Ich konnte nicht stehlen. Ich konnte nicht stehlen. Ob ich mich lieb, ob ich mich liebte, ob ich mich liebte, ob ich mich liebte. Ich habe alles cool. Ich konnte nichts stehlen. Au 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 Au! Wow! Ja, die... die meine schon zwei Fischketten... Oh, Phönix fehlt da. Oh, nicht schlecht. Wie gesagt, zwei Fischketten. Die anderen, wenn sie auf der anderen Seite laufen, explodieren sie an... ... und getötet geholt. Die anderen Fischketten haben sie gesehen. Nice. Äh, ja, runter, blablabla. Auf und halb immer Sache kaufen. Wenigstens will ich mir noch genug, als guter Stehen und Dieb tun. Okay. Relativ kachkeuern. Mal gucken. Mal gucken oder was schei... Ach, du warst. Ich wusste doch mal, ich muss... Hin hin. Du musst mal ran. Für... Ja, naja, blablabla. doch immer gewohnt dass man schon gerade sollen für eben klar darauf heraus können zu kommen mehr dafür braucht man vom eisen meister wie solcher der klären besteht schon sie müssen die spuren was noch freie und dach und nur zu nennen rausgegangen Oh mein Gott, was denn hier denn? Was denn da serieus? Oh, guck mal auf hier, was denn da? Oh, da, 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 die Beat! Komm bei den Klauen! Ich hab's geklaut! Junge! Du Klauen-Snipermion! Du Moles mit Mega-Elexia, so dumm ich denn! Was hat die Sache, die Papa noch braucht? Ich kann ja nun fährt voller Frucht vorher noch rum, du sehen! Wir sind doof! Oh mein Gott! Du hast doch nicht gesehen, dass du so ein Mugasame vom... Dögen gewirschst! WTF? WTF? Komm, Klauen-Maps! Da kannst du Klauen! Nix! Wie sollt... Den... Du hast doch nicht gesehen! Okay, ich hab's schon gemacht! Ich hab's schon gesehen! Ich hab's schon gesehen! Du hast schon gesehen! Ich hab's schon gesehen! Mhm! Ich hab's schon gesehen! Ich hab's schon gesehen! Ich hab's schon gesehen, ich hab's schon gesehen! Ich hab's schon gesehen! Und dann müssen wir Call of Duty gespielt! Aber ich hab's schon gesehen! Oh Mama, die kannst du einfach gesehen! Ich werd nur umgekommen und an den Klauen, und ich weiß nicht, ob ich mich zumел wirst! Ich hab's gehydraten! Ich hab's schon gesehen! Ich wusste, dass du gesehen hast, dass du in den Städten und in den Nibelheim erinnern kannst. Wie viel Geld? Oh, das geht. Ich wollte nur noch etwas wissen, dass du in der Wüste bist. Ja, da kann man nur noch. Also, wir können nur noch eine Trittur schlafen. Entschuldigung, bitte. Mit... 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 Mikro. Komm. Was kommt von den... Dieben? Die wünscht doch schon die Attack. Na, guck mal, was die Diebe können. Platinreif! What the hell? Du, die hast so einen Schnätzle. Oh, lol. Drauf... hin. Platinreif haben wir mal nach den... Ja, blablabla, blablabla, blablabla. Komm mal zum Punkt. Uff! X-Trank! Wie geil! Irgendwann nicht mal rausholen. Da wird es so hart. Wie sie schießt. Ah... Ich hab halt immer gemufft, wie... viel Spaß die mich mischt. Wenn ich mal... Na, mir siehs kann zuckern. Oh, peter. Da sind immer so lustig Seance. Juhu! Oh, ich hab mich wirklich in die Luft gelacht, wie ich sie geguckt. Und sie hat zwar bisschen wie... Ah, ne, nicht ein bisschen lang sonst wo man da... Also sind wir... So in dem Bereich schon so ein bisschen dauert. Mal gucken mal, wo ich das mit dem Platinreif haben kann. Rüstung aus. Pierschlotts, Karbeln. Doppelt. Autsch. Ist ja ein Doppelter. Ah, gut, 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 gut. Wisse, wisse. Wisse. Doppelt. Das kann es einfach sein. Die anderen sind doppelt. Man kann noch die Tür schlafen. Man kann noch das. Aber jetzt und links. Gut. Beide. Und ich freue mich dann, ob ich noch ein ganz spezieller Bildschirm mache. Ich hoffe, dass ich erst keine Weise nehme. Ich auch nicht. Also Doppelt. Ganz einfach, ich will kurz aufgelenkt. Wenn dir... Ganz dumm gesagt. Er Substanzen will mich schnell runterbringen. Weil du in der Reihe bist. Oder Meta wie hier ist. Das ist ganz egal. Was können Sie da dran machen? Und da können wir mal denen... Ähm. Und das, was ich noch mal hatte. Sie verdubeln. Hier... EXP oder hier fern. Wo sie kriegen. Geht hier noch. Wow. Die nur zwei ordentlich... Bums. Was? Er ist gesund. Denen gefällt mir schon mal. Kimeter den. Komm. Wir werden noch Schalur gegrafen. Immer sein Limit kriegen. Die braucht man nur. Unbedingt. Mit. Turbo Eta. Wie ist der Held? Das ist der Mann? Schweren. Echt, oben. Auf der Druck! Das ist doch ein bisschen zu tun. Oh, das ist doch ein bisschen zu tun. Ich habe einen Spiel mit dem ich kennengelernt, und ich habe einen Namen in der Böse. Du bist in der Böse! Ich habe einen Eifrit. Hallo, das E-V-I-V-I-L Wir haben noch Shiva dabei Und dann noch mal ein Trio komplett Shiva ist... ...ein von meinen Lieblingen Nicht weil der geil ist Und zu der Zeit war er doch geil Ich weiß nicht, Eise aus einem Fulldenken Okay, ich könnte kein Dritter der Runde Der D-Zero-Bahar-Module Whatever G-Sida Äh, GG Gut Game Also, ich gebe es so an Ich mache mal noch ein bisschen weiter Bei mir haben wir geliebt G-G-G-G ...gekochte Ich hoffe Dass wir Dann Die nächste Kader Umgesetzt Vielleicht dann die Klang Überraschende Geigenado Und dann Wie von mir Have a nice day gewünscht Bis zum nächsten Mal.